jo hallo freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft ja im hintergrund ist ein geräusch wofür ich mich entschuldigen muss weil ich leider nicht weiß was es ist und was es zu bedeuten hat und jetzt sind wir immer noch in dieser hülle drin ich weiß gerade nicht wo wir waren also wir waren da kohle abholen jetzt müsste ich eigentlich laut genug sein und wenn ich hier gerade schon so schön auf dem präsentierteller stehe kann ich auch den hier kurz machen ich weiß ich mache jetzt auch nicht extra so viele fackeln damit ich noch ein bisschen kohle habe ich brauche eh noch kohle kohle und ende und ich laufe jetzt mit der fackel bewaffnet ja ab und zu hat es noch nix aber das krieg ich schon hin denke ich mal wow pack ich mal da hin dann nehme ich mir die zur hand und ja hol mich hier mal ein bisschen redstone raus das heißt cool die hole ich mir natürlich jetzt nicht weil ich bin also so blüppig und auch wieder nicht vielleicht schon aber naja da reicht wenn ich das hier mehr so ja ich verschwende ich verschwende mehr kurz noch als ich hole ich habe gesagt ich brauche viel cobblestone ich verschwende ich aber gerade voll viel sowieso das ist ja auch klar dann muss man immer schön viel cobblestone verschwenden ja wow oh da hinten sind diamanten ich bin nämlich auch für äh elf diamanten what the fuck diamant gold und gold das äh so ziemlich nützlos ist überhaupt ja ach du scheiße jetzt hätte ich mir fast in die Huse gemacht scheiße 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 hat mich gesehen geh weg geh weg geh weg es war so klar ey warum kann ich es nicht warum kann ich es nicht ich verstehe es einfach nicht ich verstehe es einfach nicht ich möchte hier mal kurz ein bisschen aus ja da oben steht schon wieder einer um Skelett hallo wow jacke gärg wenn ich spring gärg wenn ich spring spring wenn ich spring sieht er mich ey ey ich raste aus ich raste aus komm her komm komm ich raste jetzt aus jetzt raste ich aus ich mache hier gleich ein rage aber ich habe gleich ein Spiel auf Easy jetzt guck mal sofort so ob ich auf Hardcore spielen würde ich laufe es hier einfach eiskalt durch scheiße auf Creeper ohne Licht da ist Wasser das mache ich jetzt gleich zu sonst kommt da auch noch Monster her ich habe auch noch ein weiteres ich habe euch gefällt ey es regt mich auf es lag schon wieder übelst jetzt macht doch deine Faktor steht oben was ich kann es nicht erkennen Ich schwimme jetzt hier voll fail rüber, noo, so, es reicht mir jetzt, aber jetzt, irgendwann rush ich hier durch, du, noo, da geht es hoch, ey, warum leckt Minecraft bei mir, früher hat es extrem gelaggt und dann hat es wieder nicht gelaggt und jetzt kommt diese Spinnerwitze, ey, legt mich doch am Arsch, ich geh da nicht hoch, ich geh da nicht mehr hoch, komm, komm, sterb, ey, ich bin doch so blöd, ich mach jetzt mal Schluss, sterb, ich geh da nächstes Mal hoch, irgendwann mal, so ein Mist, ey, ich glaub ich geh jetzt erstmal da runter, da wo die Diamanten und so sind, ja, und die ganzen Monster voll reinlaufen und so, bam, 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 oh, scheiße, ich wollte Cobblestone, ach, egal, ich farm jetzt hier voll fett Cobblestone, ich farm jetzt hier voll fett Cobblestone, nachdem ich meine Spitzahl gewechselt hab. ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht leise geworden, weil ich gedacht hab, dass ich zu laut bin, nicht Lüge 1,b ich articieren, wel on lovely Choole, da hinten håil ich mich jetzt nicht. filch hier mit Quécole… Ja, Kugel, 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 Kugel. Ja, was soll ich sagen? Oh, mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich gerade vorhin sagen wollte. Ich nehme jetzt gerade wieder ein bisschen ein Stückchen auf. Ich habe es immer noch nicht eingefallen. Das ist voll unprofessionell und so. Aber was soll's? Ja, genau. 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 Da ist es bestimmt auch noch. Ja, das war klar. Da ist es auch noch. Woher habe ich das nur gewusst? Woher habe ich das nur gewusst, ey? Ich weiß wieder nicht, wie lange ich aufnehme. Jetzt noch 5 Minuten aufnehme, das ist viel zu kurz. 49, 15 Minuten nach. 59, 4 nach. Das mache ich einfach ein bisschen ganz. Die Folge wird ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Na, na. Ah! Da komme ich doch gleich voll die Armee wieder runter. Also. Der Creeper kann mir auf jeden Fall helfen, äh, Cobbles zu farmen. Dann auch einfach Cobbles Stone Generate bauen. Da komme ich jetzt nichts durch. Gott sei Dank. Eine Gefahr weniger. Eine Gefahr weniger. Eine Gefahr weniger. Wenn es hier ein bisschen gleich wird. Zwei. 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 20.000 Creeper. Zwei. 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 Den. Zwei. Dawn�irenen. machen was ich machen möchte wir werden ja eh noch sehen was ich machen möchte da müssen wir facken nein zack 1 2 3 4 5 zack das ist auch was äh ja mit Eis äh Eisenspielzack erbauen das ist ja auch so ähm voll prozentual da korrekt ich glaube irgendein Scheiß alle Minecraft leckt nicht jetzt geht das was erstmal weg äh war hinten noch was nein hier war nichts mehr eigentlich ähm ey ich will nicht mehr ich mach jetzt den Lüfter an vielleicht leckt es dann nicht mehr so es wird so laut ja da tut mir leid da tut mir leid da kann es nichts ändern es muss leider sein oder entweder ertragt ihr es oder es kommen einfach keine Folgen mehr entscheidet euch ich bin scheißegal was ihr sagt ich mach einfach weiter denn es ist mein Ding mir macht Spaß Minecraft zu spielen ihr habt Pech wenn es euch nicht passt dann guckt halt was anders an auch mich was freuen wenn ihr weiter guckt gar nicht so ab und fehlend also aber ich richte mich eigentlich nach mir und auch nach euch aber ich bin zu lange es mir Spaß macht und wenn es mir Spaß macht spiele ich halt und wenn es mir nicht mehr Spaß macht spiele ich halt nicht mehr also warum habe ich so ein Framework gebraucht wenn dann Block von mir rum geht wartet mal ich mach jetzt wieder wird es gleich wieder scheiße aussehen so 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 jetzt sieht es ja aus wie bei äh Half Life 2 irgendwie Alter, das sieht ein bisschen kacke aus wo habe ich die gesehen? da drüge ja ich weiß gar nicht gibt es eigentlich noch Diamantinfelder ich weiß gar nicht mehr scheiß drauf ich laufe jetzt hier einfach durch meine Upgräzungen hier weg machen wo mein Schwert drauf nimmt Eisen Lava äh Diamanten Eisen, Lava, Diamanten äh ok ja vielleicht fragt sich bestimmt auch welche warum ich so oft hinterher was esse auch wenn bloß ein Hungerbalken weg ist äh das hat den Grund dass ich dann nicht dass ich dann nicht eine halbe Tonne essen muss wenn dann der Essensbalken ein bisschen weiter weg ist wenn ja essen wenn der Essensbalken dann ein bisschen weiter weg ist dann muss ich nicht eine Tonne essen da habe ich nachher nichts mehr zu essen da und das ist halt der Grund warum ich so viel esse ich mein gut natürlich in echt mache ich das natürlich auch so wie viel habe ich denn schon und ich habe zwei Golds, 16 Eisen und 43 Koppels und hier noch eine Fackel also ich laufe hier durch mit Fackel also ich will hier nicht mal ein Monster kommen denn ich laufe hier durch mit einer Fackel und da oben ist gut und hier und hier Kohler Kohler ach geh weg ey ach ich muss mich kurz zu weisbauen ja hier bin ich mir noch ich habe ich werde hier ich werde mich so kack kack ich bau hier kohle ab ich bau hier kohle ab ich bau hier kohle ab und koppels ich will wahrscheinlich auch nicht so viele koppels doch mehr haben als vorher Da ist es mir auch relativ Wow Wow, noch mehr Diamanten Und da Ich könnte Ich bin jetzt mal schlau Was ich ja sonst nie bin Und machen wir das fast zu Teil, Alter Oh, mein Kettzer Ich verarsche Kommt nicht mehr Wasser durch Und verbrennt Elendlich Mach ich so Ähm, so, so, so Dann können wir vielleicht auch bei den Neta gehen, wenn ihr das wollt Wenn ihr das nicht wollt, habt ihr geschissen Ich gehe trotzdem über den Neta Alter Oh, nein Diamanten heißen ja nie irgendwie was Gutes Ich werde sterben Ich habe gesehen, da hinten war noch Eis, aber Das hol ich mir jetzt nicht mehr noch die anderen Diamanten Oh, wo da vorne war Und die hol ich mir jetzt Aber nicht mehr, wenn das schon lecker ist So, bitte zurück Habe wieder Aufnahmen Habe kurz den Schnitt gemacht Ach, dann komme ich ja da raus Ich soll mir mal einen Wassereimer mitnehmen Und dann mal die ganze Lava hier ausmachen Und die Kohle da oben hole ich mir jetzt auch noch Das ist mir jetzt scheißegal Das ist mir scheißegal Also, weiß ich bestimmt, dass es wieder welche aufregen, dass ich in die Höhle gegangen bin Leute, es muss sein Ich kann ja nicht einfach Wenn ihr wollt, dass ich mir die Items hercheate, dann sagt es euch Weil offline habe ich irgendwie Also, aufscreen habe ich voll keinen Bock Irgendwas zu machen Ich will halt mal dazu reden Und euch das Ohr abkauen dabei Und wenn es mir Bock macht, dann lasst mich doch bitte Lasst mich doch, ich möchte es machen Lasst mich doch machen, wenn es mir Spaß macht Habt doch die Freude dran Dann bekommt ihr alles mit da Weil ich hole mir den Diamanten jetzt nicht Ich gebe es runter An die Oberfläche, sonst wird wieder rumgeheult Gehe raus da Ich möge dich nicht mehr Was ist der Part jetzt eh um Wenn ich oben bin Und wahrscheinlich wartet dann oben wieder eine Armee auf mich Deswegen Voll gegessen Mit Schwert ausgerüstet Volle Panzerung Sieht man ja, äh, Diamantrüstung und so Also Hier das Loch, das werde ich auch zumachen Da, wo, da geht es noch um Und die, äh, Lava runter, das werde ich zumachen Nicht verarschen Was, was, was hier los hat er Von Epic Generating Fail, von mir oder was Ah, genug Äh, jetzt habe ich ein bisschen Copystone mehr Aber ich Muss unbedingt Dings, äh, Cobble Farmen Weil ich brauche so viel Stone Äh, ah, das mache ich in der nächsten Folge Ich mach jetzt ja einfach den Schnitt Und nehm den nächsten Folgen drauf Und dann sag ich, äh, wenn es euch gefallen hat Wenn nicht, macht Daumen hoch Gebt Comi, Like me und Facey Und, äh, macht Abo und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal